Hallo, willkommen zurück zu Astrobot, Folge 3 und es geht in die höllischen Höhlen. Das hört sich vielversprechend an. Ich habe auch noch ein bisschen Halsschmerzen, ich war nämlich krank die letzten Tage. Wir haben ja Herbst und ja, das geht ja um und viele sind ja auch krank und mit diesem Wege, allen anderen auch gute Besserung, werde schnell wieder gesund und es geht los. Ja, hui. Also, es sieht, ich kann es wieder, ich kann mich halt mal wiederholen. Es sieht mega cool aus mit den Steinen und, oh, Wasserfall. Wow, ich muss mich immer erstmal umgucken so. Noch ein Wasserfall. Und, oh, dann Leuchtefass. Moment, ich muss mich mal anders rumdrehen. Oh, da ist irgendwas. Da gehen wir als aller allererstes hin. Noch bevor wir überhaupt in das eigentliche Level gehen. Ach, was sage ich da? Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin in dem Level. Jep. Tadat. Da ist der Erste. Da waren es nur noch sieben. Das ist ja cool. Kann ich schwimmen gehen. Ein leuchtender Pilz. Ich muss mal rauf hinkloppen, gucken, ob der irgendwas verliert. Tut er nicht, aber es macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Oh, die Musik ist gut. Wenn ich mit Summe, dann scheint es mir zu gefallen. Ne, doch, die gefällt mir wirklich. Oh, da fliegen Kanonen. Das ist ja wie bei Super Mario. Gucken, ob wir das Chameleon finden, ne? Deswegen gucke ich mir wieder jede Wand an. Denn Chameleon typisch, die tarnen sich. So, wollen wir mal. Ach, wie stark. Böö. Jetzt aber mächtig die Frumt. Kann ich nicht hauen. Der weicht aus. Knallert. Der weicht aus. Jetzt können wir gehen. Ich höre da einen, der Hilfe braucht. Da oben ist er. Ja, ich bin unterwegs. Boah, da hinten, ey. Oh. Was sieht... Oh Mann, ist das schön. Ich glaube, das wird mein neues Video-Service-Level. So. Oh, äh. Gucken. Ui, ui. Ne. Oh, ich bin abgerutscht. Gut, dass hier ein Checkpoint ist. Kann ich nochmal versuchen. Kanone abwarten. Jetzt. Äh. Oh, das hat hingehauen. Sehr gut. Hallo, kleiner Freund. Nummer zwei. Oh, jetzt wieder so zurück. Hilfe. Ah, Kanone. Oh. Oh, noch, noch. Ui. Ich höre es hier nur scheppern, wo die Kanonen einschlagen. Hilfe. Seht ihr irgendwo das Kameleon? Also, wenn ich die echt mal übersehe, ne, und ihr entdeckt die in den Videos, schreibt mal bitte dann in die Kommentare. Weil das ist so ein Spiel, wo ich nachher auf jeden Fall vorhabe, dann nachträglich, wenn ich irgendwas übersehe, das reinzusammeln. Ich bin ja so ein, ne, 100% Fanatiker. Gerade bei Sammelsachen. Aber wem sage ich das? Das scheint ne Zockerkrankheit zu sein. So. Warte, da. Achso, ich kann die, ja. Alles klar, jo. Laserangriff. Ja, da unten. Da hinten ist irgendwas. Keinen Übersehen irgendwo unten im Abgrund oder so. Bis jetzt hatten wir an jedem Level, das tief unten irgendwo noch einer war, der Hilfe braucht. Deswegen zwischendurch immer wieder umgucken und sich umdrehen. Ah, die schlagen auf den Plattformen ein, dann muss ich natürlich dann lang. Okay, das muss ich abpassen eigentlich. So. Jetzt schnell fort. Oh Gott, oh, die kommen neu. So, der hat sich echt getarnt, als kleiner Pils. Wie süß. Das ist auch nix mehr. Ne, das sind echt nur, nur Felsen. Oh, ne, also ich hab's noch nicht gesehen. Okay. So, okay. Ja, und jeder große Pils kriegt Prügel. Könnte ja was drin versteckt sein. Vielleicht fällt da mal so ein kleiner, äh, Bott raus, ne? Ach, das ist so ein Kanon-Ding da unten, was ich gesehen hab. Ah ja, genau, da kommt's ja. Huch, wo bist du denn? Hm, da oben vielleicht? Das wär'n super versteckte Kamulern, find ich. Da so. Ist hier aber auch keiner so. Ich hör' aber was. Da, was ist das für ein Geräusch? Da, das ist das doch, oder? Hey. Da war's doch noch. Na, guck mal. Also, da stimmte nur der Winkel nicht. Ich musste nur ein bisschen noch weiter nach vorne gehen. Haha. Dann war das. Sehr gut. Aber diesmal hab ich's halt wirklich jetzt auch gehört. Meine große Münze. Die möchte ich bitte haben. Gah? Oh. Ach, wie schön. Jo. Und? Sonst so? Oh, das noch? Ja. Oh. Ach ja. Da kommen sie alle hier. Da ist wieder, da leuchtet's. Da ist wieder so ein Geheimgang. Da ist ein kleiner Kott. Da ist auch einer. Ui. Naja, ich werd' euch alle retten. Also, die Steine erinnern mich jetzt wirklich an Super Mario, oder? Ah, ich hab' mich schon gefragt, wie ich zu dem kommen soll jetzt. Guck. Nächste. Guck, ob ich noch alle Münzen hier krieg. Da war' ich ein bisschen zu gierig. Verdammt. Jetzt fang ich hier wieder an. Jetzt muss ich das nochmal machen. Ja klar, ein Checkpoint noch nicht gehabt. Das Chameleon ist weg, ne? Also, ich hör's nicht. Der ist halt abgespeichert. Das wieder kaputt machen. Machen wir die Münze einsammeln. So, ich mach mal die durchsprügeln. Ja. So, da noch. So, Geheimgang mach ich nochmal auf. Da sind nämlich auch wieder Münzen drin. Ich möchte halt gern die Münzen haben, ne? So, aber manchmal, wenn das so klein weit weg ist, ist es echt schwer zu sehen. Also trotz, ne, VR-Brille. Das ist mega weit rausgesucht. So, die eine Münze noch. Wird schön warten, dass die Platte wiederkommt. Mal. So. Jetzt ist halt ein Checkpoint. Oje. Okay. Da ist ein Checkpoint. Ich hör wieder irgendeinen Quäkken, ne? Was ist denn? Da oben. Alles klar. Ich steck da Gang hier. Boah, den sieht man echt nur minimal mit seiner Fahne. Ähm. Da bin ich. Ach, da. Endlich ein Checkpoint. Ich will aber nochmal gucken. Denn da oben waren noch Münzen übrig. Die möchte ich bitte haben. Ja. Das ist eine große Münze. Äh. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ist nie passiert. Das hat keiner gesehen. So, jetzt aber. Na komm. Jo, war's. Jawohl. Und. Ja. Okay. Oh. Na ja. Kriegt alle was. Ach, die Laserdinger. So. Oh. Was ist da hinten? Okay. Wir werden das immer mehr Kaminonen, oder mein ich das nur? So. Aha. Auch Kleinvieh macht Mist, ne? Oh. Oh Gott, die krachen ein. Oh, wie gemein. Auf dich aufzuladen. Lass mich dich hauen. Komm her. So. Aber so gefällt mir das Level, ne? Die ganzen Leuchten hier. Ist schön. Oh. Ein bisschen auf den Püß rumspringen. Einfach, weil ich's kann. Oh je. Jetzt gucken, dass wir hier heil rüberkommen. Drei Minuten. Das war schon mal gut. Aber das war auch nur die Hälfte. Ähm. Jetzt oder nie. Oh. Ganz knapp abgepasst. Oh. Was ist denn das? Ist aber kein Boss jetzt, oder sowas, oder? Ist das so groß? Das ist so großartig. Oh. Danke, hängen. Mit dem Kopf durch die Wand. Hallo. Da ist auch noch einer. Da muss ich rein. Ich warte aber noch mal, bis die Kanone vorbei ist. Dann sollte das passen. Oh! Da hat's meinen Kopf erwischt. Aber es ist egal, hauptsache Astro passiert nichts. So, den nimm wir auch. Da kommt er angeflogen. Woho! Sehr schön! Ein Checkpoint. Wie sieht das stark aus. Da ist wieder einer. Siehst du, ganz tief unten. In jedem Level gibt's so einen. Das sag ich jetzt mal so, wie sich er ist in Level 3, aber... Ja, doch. Ja, nochmal... Uähähähäh. So, das hört sich auf. Das auch. Was ist denn das? Okay. Muss ich die jetzt lasern? Oder ich lad mal meinen Power-Schlag auf? Hm, hat mich alle getroffen. Da trinkt das nicht. Muss, glaub ich, jedem den Helm runterkloppen, oder was? Oh. Jetzt? Ah! Okay. Oh! Da haben wir ja schon das Ziel. Da, 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 da. Das ist ein schönes Level. Gefällt mir. Ich glaub, das spiel ich nochmal so. Einfach so. Weil Spaß macht. Musik mal. So, fertig. So, ich würd sagen, wir haben alle Bots gefunden. Hm. Sieh, ja. Ja, passt alle. Da haben wir's ja. Völlische Höhen. Fertig. Alle gefunden. Ähm. Das Chamäleon haben wir auch gefunden. Da ist es. Und, ja. Freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und vielen lieben Dank. Und, ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Habt noch einen schönen Tag, Abend, oder wann auch immer ihr was hier guckt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Tö excuse. Tö